Ich stehe jeden Morgen um 23 Uhr auf und mache erstmal mein Bett. Dann gehe ich 10 Kilometer joggen und nach dem Sport frühstücke ich ein Müsli aus Overnight Oats mit den Tränen eines Archaopteryx, von dem Nichtreiche glauben, er sei ausgestorben. Anschließend extrahiere ich mein komplettes Blut aus den Fußsohlen in die Großhirnrinde. Dann gehe ich nochmal 10 Kilometer laufen und mache ein weiteres Mal mein Bett. Anschließend spiele ich für genau 4,5 Minuten mit meinen Kindern. Nun wähle ich mich random in irgendeine Business-Zoom-Konferenz ein, kaufe die Firma und entlasse einfach wahllos alle Mitarbeiter. Anschließend verfasse ich einen Tagebucheintrag, mache eine kleine Dankes-Meditation und esse einen Herrenschuh Größe 44.